Nicht alle Tassen im Schrank, denn ich fahre sie gerade in den Schrank. Filmbike No Limits. Guten Tag. Nicht alle Tassen im Schrank. Filmbike No Limits. Das ist keine Warteschleife. Ich informiere sie nur, nicht alle Tassen im Schrank. Guten Tag. Mit Witz, mit den Filmbikes, Galatom, der TV, mit was sonst? Ich habe nicht alle Tassen im Schrank. Ich fahre sie nur unterwegs. Von A nach B. Von B nach C. Von C nach D. Von D nach E. Von E nach F. Von F nach J. Von J nach H. Guten Tag. Ich habe nicht alle Tassen im Schrank. Gute Reise.